was geht mein name ist silo und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ja heute habe ich wieder für euch ein trading video und zwar ich erkläre das euch jetzt ganz kurz und knapp mit areola den torwart aus real madrid ich habe den ungefähr zwischen 1000 und 1828 immer gold und habe den hier wie sehen könnt immer für 36 37 habe ich immer verkauft und ja mit dem kann man eigentlich ganz gut reden das war noch heute morgen so ich weiß jetzt nicht ob das immer noch geht wenn das video online ist aber wenn das wenn ihr das früh genug seht dann könnt ihr das gerne machen hier habe ich noch ein paar spieler also mit endung belie könnt ihr so machen die könnt ihr auch ungefähr für 25 27 und verkaufen so und dann könnt ihr den über ein kar einstellen ja da sind noch meine anderen verkauften spieler also die mit dem franzosen geht das jetzt eigentlich ganz gut also wir sind jetzt hier auf dem transfermarkt ich habe leider keine coins ich habe nur 900 coins da oben aber ich zeige euch jetzt mal dass er halt öfters kommt hier für 23 könnt ihr für 33 reinstellen ungefähr 27 also der kommt jedes mal und der kommt vielleicht alle zehn sekunden kommt der dreimal oder so wenn wenn das halt nicht funktioniert dann müsst ihr immer 100 coins hier hoch gehen runter könnt ihr auch gehen wenn ihr runter geht dann wird das natürlich etwas schwieriger aber das wird auch nicht so schwer also ich hoffe dass ihr noch paar coins macht aber wir sehen könnt das funktioniert immer noch alle zehn sekunden kommen drei spieler für 1k da wurde jetzt schon gekauft jetzt wird noch einer kommen ungefähr wie gesagt es kommt immer einer und ihr könnt in der stunde damit safe um die 50k damit machen ja leute macht eure transferliste damit voll und haut rein bis zum nächsten mal